Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2.000 Brikettpressen, 2.000 Universalbagger und über 1.500 Raupendrehtrane aus Zeitz sind auf vier Kontinenten im Einsatz. Sie beweisen diese Kennzeichen täglich aufs Neue. Die Qualitätserzeugnisse mit dem C-Marktzeichen haben sich auf den internationalen Märkten durchgesetzt. Sie haben das Vertrauen eines großen Kundenkreises. Bagger und Raupendrehtrane aus Zeitz sind in der Fachwelt sehr geschätzt. Bekannt ist aber auch die große Tradition dieses Betriebes in der Herstellung von Aggregaten und kompletten Anlagen zur Kohleveriedelung und Kali-Granulierung. Und hier die neueste Entwicklung aus dem VEB C-Marktzeitz. Der Autodrehkran 200T. Der Autodrehkran 200T. ADK 200T, ein schnell einsetzbarer Teleskop-Autodrehkran. Er sichert optimale ökonomische Ergebnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten. Dieser Autodrehkran ist ohne lange Rüstzeiten sofort einsatzbereit. Vom Fahrerhaus aus können die Differenzialausgleiche gesperrt werden. Auch die Blockierung der Achsfederung erfolgt so. Die Abstützung wird hydraulisch ausgefahren. Maximale Abstützbreite 4,8 Meter. Das Teleskopieren der Auslegerschüsse erfolgt hydraulisch. Im Haupthub trägt der ADK maximal 20 Megapont bei einer Hubgeschwindigkeit von 5,7 Metern pro Minute. Bei dreifach teleskopiertem Ausleger beträgt die Auslegerlänge 25,2 Meter. Amatürk Gistel Schwieriges Gelände ist für den ADK 200T kein Hindernis. Er verfügt über fünf Geländegänge, fünf Straßengänge und wahlweise einen Feinfahrgang. Der ADK garantiert eine schnelle Manövrierfähigkeit. Er kann im Feinfahrgang direkt von der Krankabine ausgefahren werden. Feinfahrmotor, Lenkung und Bremsanlage werden dabei über die Hydraulikanlage betätigt. Das Teleskopieren kann unter Last erfolgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Straßenverkehr ist für diesen Kran kein Problem. Er lässt sich leicht durch Engstellen führen. Unterstützung gibt die hydraulische Lenkhilfe. Der 230 PS Dieselmotor wird für Fahr- und Kranbetrieb gemeinsam eingesetzt. In der Vollsicht Großraumfahrkabine ist ausreichend Platz für vier Personen. Fahrersitz und Sitzbank sind verstellbar. Diesem Fahrzeug brauchen keine Sonderrechte auf der Straße eingeräumt zu werden. Der ADK 200T ist wendig, kann zügig gefahren werden und erreicht eine Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. Druckluft unterstützt die Kupplungs- und Bremsbetätigung. In Transportstellung ist der ADK 11 Meter lang, 2,5 Meter breit und 3,6 Meter hoch. Wendigkeit und Schnelligkeit in Marsch- und Arbeitsbewegung machen diesen Kran auch zum idealen Bergungsfahrzeug bei Haberin. permite die K Schnelligkeit in der physically 따 ritualsen, Drei dieser Kran- und Arbeitsbewegung machen diese Kran Nebraska zustande. Ok, dann braucht Ihr Kran BMW in Sutersche, Das sind einen App Noble- und Schnelligkeit in der ausreichend Trätene. Bist du den F declaration schrieb. Musik Alle CMAG-Erzeugnisse werden zuverlässig durch den CMAG-Service betreut. Damit ist ständige Betriebsbereitschaft immer und überall gesichert. Musik Regelmäßig und gründlich erhalten CMAG-Erzeugnisse ihre Inspektionen am Einsatzort. So werden teurer Standzeiten vermieden. Musik Ersatzteile finden statt. Schnell den Weg zu jedem Kunden. Entfernungen sind kein Hindernis. In 24 Ländern arbeiten CMAG-Erzeugnisse zur Zufriedenheit ihrer Nutzer. Mit weiteren 17 Ländern bestehen Handelsbeziehungen. Für all diese Kunden arbeiten hervorragend ausgebildete Serviceingenieure und Meister. Sie sind ständig einsatzbereit. Auf internationalen Messen und Ausstellungen wird immer wieder deutlich. Fachleute interessieren sich lebhaft für Exponate aus Zeit. Zufriedene Kunden und neue Interessenten. Das ist ein Beweis für die Wertschätzung der CMAG-Erzeugnisse auf dem Weltmarkt. Für weltoffenen Handel und technischen Fortschritt. Diese Devise gilt auch für die Arbeit der Werktätigen des VEB-CMAG-Zeits. Der ADK 200T. Ein Produkt des technischen Fortschritts. Ein Qualitätserzeugnis aus der Deutschen Demokratischen Republik. Start, schnell und zuverlässig wie CMAG. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017